Hallihallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen, hier ist wieder euer Nutoka aufs Brot und wir spielen hier Antörn und wenn ich wir sage, dann meine ich mich und den Kinsey, da hinten seht ihr ihn, aber nicht töten. Hallöchen, hier ist Johnny, aber ich habe mir aber gar keine Axt in der Hand, Mist. Ihr könnt vielleicht sehen hier in meinem Craftingmenü, ich habe neue Kleidung an, ich war nämlich während der kleine Kinsey rauchen war, habe ich noch kurz ein bisschen hier rumgeguckt. Ach, jetzt weiß jeder, dass ich rauche, so ein Mist. Tja, und habe dabei dann auch noch zwei Hirsche erlegt, ja, Hirsche erlegt, Drop. Drop, zwei müssten eigentlich reichen. Können wir lecker Hirschfleisch essen. Da liegt's. Gönn dir. Ich bin ja gerade ziemlich hungrig, mal gucken. Wow, das heilt, glaube ich, noch mehr wie das Schweinefleisch. Also ich habe jetzt 71 gehabt und jetzt habe ich... Oh. Das ist nicht schlecht, ne? 25 nimmt's weg. Nicht schlecht. Also wenn du noch eins brauchst... Ja, klar. Ich habe auch noch eins zur Not. Ah, das wäre super. Wie hast du denn den Hirsch erlegt? Mit der Machete? Nee, mit der Machete geht's nicht. Ich habe den abgeschossen. Ach so. Dann sollten wir uns die Waffen vielleicht für die Tierchen aufbewahren. Ja, wenn wir mal nochmal Hunger bekommen. Ja. Swift Magazine, da sind auch Fällchen. Aber ich bin komplett gesund, ey. Wie schön. Und was kann ich denn... Skillen. Oh, ich habe 10 Punkte. Dann nehme ich erstmal Survival. Survival! So, nochmal ein volles Magazine. Ja, ich müsste nur mal... Ja, besser ist das. Ich müsste nur noch kurz mein Wasser hier auffüllen. Beziehungsweise auch mal meinen Durst stillen. Noch einmal trinken. Einmal auffüllen. Und das war's. Dann schaue ich mal kurz nochmal nach meinen Skillpoints. Ich habe nämlich noch 43 zu vergeben. Was mache ich denn? Ich mache... Was mache ich? Was mache ich? Was ist ein Outdoor? Ah, Stronger Mining and Shopping. Okay. Immunity? Nee, brauche ich eigentlich nicht. Ich mache mal Marksman. Gut, ich mache Warrior. Wenn's dann mal wieder soweit ist. Juhu. Falls du verletzt bist, ich habe jetzt auch ein First Aid Kit dabei. Sehr schön. Für den Fall aller Fälle. Moment, vorhin sind wir da lang, jetzt fahren wir da lang. Genau. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum in die andere Richtung nur ein Feldweg geht und hier eine befestigte Straße. Stimmt. Jetzt fällt's mir auch auf. Wo du's sagst. Lalalalalala. Ah, da war ich glaube ich noch nicht. Oh. Und da war ich eben. Ah. Die Brücke ist das. Ja, und in diesem... Das ist ja alles weg, wenn du da eben warst. Ja. In diesem Medizinzelt da habe ich halt dieses Medikit gefunden. Also, falls man da mal was braucht. Da waren auch relativ viele Bandagen. Oh, Bandagen. Ja, die habe ich ja schon alle. Ach so. Ach so. Ich dachte jetzt, ach so. Okay. Wird nix liegen gelassen. Ne. Nix kommt weg. Ah, da ist der Knast. Ne, das ist das Militärding. Ah nein, du hast ihn überfahren. Dann... Ja. Fahr mir gerade nach. Du Schwein. Ich glaube nicht. Ne, kann man nicht. Wenn man noch nicht mal mehr ein Stoppschild überfahren kann. Ne. Wollen wir die aufmischen? Na klar. Gut, dass du fragst, wenn ich schon aus dem Auto raus bin. Okay. Also im grünen Bereich. Meine Güte. Alter, du darfst die so nah ranlassen. Du musst mehr zurückgehen. Äh, ich muss ja auch treffen. Ja, aber du kriegst auch Schaden, oder? Nö. Nö? Okay, es sieht ultra nah aus. Aber wahrscheinlich sieht es bei mir genauso aus. Ja. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Haben wir irgendwas verloren? Mö. Manchmal verlieren sie Loot. Auch bei der Gratis-Version. Kuckuck. Ja? Noch mehr Freunde zum Spielen? Boah. Komm her. Aber hier ist noch, ähm, Vakine. Nehme ich mit. Kann ich stacken, oder? Ja, kann man stacken. Du alter Fixer. Ich kann aber nicht checken. Was liegt denn da? Was ist denn das? Flashhider? Was ist das? Keine Ahnung. Mitnehmen. Oh. Sand, Sand. Du bist doch Marx, man. Ich hab da was ganz Tolles für dich. Oh ja, geil. Ich mag's. Äh, Z war das. Genau. Da kann ich wieder aufstehen. Irgendwas oben auf den Betten? Nö. Doch, da. Ne, die Kissen. Wo bist du? Da bist du. Warte. Nicht weglaufen. Da ist doch noch was. Was war das? Guck mal hier beim Eingang. Oh. Beim Eingang. Ich komme. Du Marx, man. Du Marx, man. Oh. Er Marx, man. Was schmeiß ich denn dafür weg? Oh. Oh. Ich kippe jetzt wieder hinter dir. Ich versuch's. Fick die Henne. Ich wollte ja auch nicht treffen. Ich musste vorsichtig sein. Das war gemein. Der hat Kloß verloren. Ne, die hab ich da hingeschmissen. Aber egal. Ich hab sie mitgenommen. Nächste Kasellen. Die heißt die. Sandbags hab ich gefunden. Hier liegen, ja hab ich auch gerade eben gefunden. Hier liegt übrigens noch etwas unterm Bett. Und zwar eine Red Dot. Wow. Scheiße. Scheiße. Ich bin tot. Nein. Doch, ich war gerade im Inventar. Nein. Hass. Okay, ich merk mir den Weg und hol dich ab. Ja, ich kann auch mit dem Feuerwehrauto kommen. Ach stimmt. Wir haben ja noch Autos da. Wie dämlich, dämlich, dämlich. Ja, passiert. Komm, mach dir keinen Kopf. Oh, aua. Aber hier in unserer Heimatstadt, da sind auch schon wieder Zombies gespawnt, ne? Ja, hau sie um mit den Fäusten. Nein, ich fahr sie um mit dem Auto. Ach so, ja. Es gibt aber keine Punkte. Echt? Verdammt. Ja, leider nicht. Ich mach mal ein paar Klos. Ja, Mann. Ich hatte so viel Bandagen und das Medikit, aber ich hatte halt echt keine Gelegenheit mehr, um es zu nutzen. Tja, das ist Ironie. Das ist Scheiße. Aber echt doch. So richtige Scheiße. Na boah, jetzt ist ja auch noch ein Zunge. Ah, das wird wahrscheinlich der sein, der mich gekillt hat. Ja, toll. Bandagen. So. Peller. Und da sind noch mehr Bandagen. Hast du heute Glück? Peller? Bandage. Oh je. Arsche. Und ein Zombie. Na komm, lass dich umhauen. 5 Experience. Wow. Na, können wir noch was gillen? Survival. Alter, ich hatte sau viel im Inventar. Ja. Coole Sache. Boah. Du hast ja auch schon Klos weggeschmissen. Ja, 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 ja. So, jetzt geh ich nochmal ins Inventar und versuch hier mal zu ordnen. Also ich bin gleich wahrscheinlich wieder tot. Das kommt da hin, Machete da hin. Ah, was will ich denn da? Verdammt, da will ich da alles hin. Zack, zack, zack. Was ist das? Nehmen wir mal das Benzin mit für unser Auto. Keine Ahnung, was das ist. Weg. Braucht kein Mensch. Was haben wir denn hier? Noch mehr Betten. Und ein Colt. Colt Severs. Was ist ein Claptrop? Hä? Ein Coltrop. Ein Coyote-Bag? Oh, der klingt irgendwie als wäre er groß. Hast du einen Zünder? Ich hab Raw Explosives. Ja, das hab ich auch, aber... Kein Zünder, ne? Mm-mm. Boah, saugut. Ich hab vier Slots mehr. Wenn du einen Coyote-Bag findest, nimm ihn. Okay. Der ist nämlich noch mal größer. Äh, Clos? Ne, ich kann den Magic Cloak anziehen. Dann hab ich wieder einen mehr. Und dann nehm ich Barbed Wire mit. Kennst du ihn noch? Ja. Du auch? Ja, nur zu gut. Da ist nix. So, 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 so. Sehen, sehen sie nichts. Das bin ich. Okay, ja. Ah, hast du ja, hast du ja eingeklemmt. Das kleine Fitzel-Ding. Ja, mein Gott. Ich bin halt ein Scharfschütze. Ich brauch nix Großes. Ja, dann such dir doch mal ein Scharf. Du hast hier schon alles umgemetzelt, oder? Ja, ich hatte Spaß. Hm. Na toll. Dafür komm ich mit dem Sondereinsatzfahrzeug hierhin. Ja, weil, weil ich hier bin, bist du hierher gekommen. Oder nicht? Oh, ho, 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 ho. Oh, geile Scheiße. Warst du hier in dem Ausrichtsding schon? Nee, da in der Ecke war ich nicht. Wieso? Hm, nur so. Wärst du vielleicht mal besser hingegangen. Ja, scheiße. Ich hab was verpasst. Aber hier gibt's auch Benzin. Wir können beide volltanken. Ja, geil. Ich geh mal noch hier auf den Turm. Ach, da ist auch noch ein Turm. Jo. Äh, ist aber nur ein Swift-Magazin. Ach, die sind... Ah, jetzt hab ich verstanden, was du eben gemeint hast. Ein Culltrop. Das sind diese Krähenfüße. Ah, okay. Ich hab Claptrap verstanden. Das ist was anderes. Ja, und Claptrap ist in Borderlands. Jo. Guck mal, was ich in der Hand hab. Guck mal. Nein. Eine Granate? Ja. Ach du, meine Güte. Ich zieh auch mal meine. Nein, der Nothooker hat eine Granate. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich möchte hier beziehen. Mann, wo sind die Zombies? Hä? Wo sind die Zombies? Los, füll mal hier auf. Ja. Mach ich. Mein Gebieter. Jetzt hab ich hier einen Scharfschützenaufsatz ohne Granate und jetzt ist natürlich hier kein einziger Zombie. Gibt's doch gar nicht. Äh, vier ist das. Genau, vier ist mein Benzin. Äh, da. Brauchst du noch mehr Benzin? Nö. Dann mach ich meinen nochmal ein bisschen voller. Wär vielleicht auch ganz sinnvoll, auf jeden Fall wieder einen zurückzufahren. Bist du hinter mir weg? Weil Außenspiegel haben die hier nicht. Ähm. 100% Sprit, alles da. Ich nehm nochmal zwei Kanister Sprit mit. Bist du weg hinter mir? Ich will dich nicht mehr überfahren. Hahaha. Ah, sehr schön. Eine sehr bekannte Kanister und der andere Kanister weg. Drop. Drops. Weil du bist ja doch weggekommen. Wow! Was machst du mit meinem Auto? Was machst du mit meinem Auto? Nein. Hilfe. Eine seltsame Kollisionsabfrage. Hat er dir weh getan? Ja, hat er dir weh getan? Hier gibt es doch jetzt einen Weg, den wir noch nicht gefahren sind. Ich glaube, wir fahren zurück. Ja, aber da waren wir schon. Hier geradeaus geht es in die Stadt. Und von dem Militärgebiet war doch keine andere Straße mehr. Oder? Ähm. Da ging die Straße ab. Äh, jetzt sind wir wieder in der Heimatstadt hier. Ja, aber es ist eigentlich nicht verkehrt, weil dann können wir wieder mit einem Auto los. Oder ist das die andere Stadt? Falls dann einer stirbt, ne, das hier ist unsere Stadt. Okay. It's my town. Falls dann nämlich jemand stirbt, dann haben wir auch die Möglichkeit, äh, also dann hat der andere, der respawnt, auch die Möglichkeit, wieder zurückzukommen. Hm. So, hier ist das ganze Futter gespawnt. Also, reif. Sehr geil. Habe ich noch was zu essen? Vitamine habe ich noch. Also, Futter haben wir jetzt mal genug. Ich würde mal sagen, ich pflanze hiervon auch nur noch die Hälfte an, oder? Mhm. Wo soll ich denn die Falle hinpacken? Was für eine Falle? Barbed Wire. Ah, ich habe keine Ahnung. Am besten nirgendwo, oder? Ja, wir sterben eh selber dran. Ja, so ist es, so ist es. Ja, sonst mitten auf, nein, mitten auf die Straße ist auch scheiße. Äh, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, das wird wirklich erst sinnvoll, wenn wir uns ein eigenes Haus gebaut haben und dann irgendwie eine Mobfalle kreiert haben. Ja, genau. Wenn man das so nennen kann. Und dann trotzdem selber da durchlaufen. Ja. Weißt du was, ich schmeiß sie weg. Die klügste Entscheidung in diesem Let's Play. Ja, 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 definitiv. Klos kann ich ja in meine, in meine Klosammlung tun. Iiih, du hast eine Klosammlung? Ja. Feinstes Keramik. Bäh. Bäh, bäh, pfui. Hat noch niemand drauf gesessen. Hm, dann wird es Zeit, dass ich komme. Ich habe keinen Platz mehr für Klos. Hast du noch Platz für Klos? Ja, wie? Du hast keinen Platz für Klos? Dann mach doch Bandagen draus. Nee, ich habe nur noch ein Klos. Ach so. Hm. Das ist doof. Sandbags. Warte mal, die Sandbags stelle ich, ähm, irgendwo hin. Dekorativ. Ey, das ist eine Blockha- Ja. Ja, das ist auch gut. Diese Pause war gerade grandios. Warte mal, ich habe auch eine gute Stelle gefunden. Na toll. Ich weiß schon, was ich hinter mir jetzt sehe, wenn ich mich umdrehe. Ja. Ja, herrlich. Nee, doch nicht. Wo hast du, ach, da hast du es hingemacht. Toll, nachher komme ich mir gar nicht mehr aus unserem eigenen Haus. Man kann Fenster dicht machen. Aber das ist eigentlich cool. Das wusste ich auch nicht. Aber über die Sandbags kann man auch noch drüber. Hä? Echt? Wenn man sich duckt. Wenn man krabbelt, oder was? Nee, wenn man sich duckt. Krabbeln muss man nicht. Oh ja, bleib so. Was? Hm? So. Futtern wir mal einen Maiskolben. Mal gucken, wie viel der bringt. Warte. Ich weiß in. Ja, warte. Alter. Der hat auch, der bringt auch 25. So gut. Drop, drop. Äh, 35 brauche ich. Dann bin ich satt. Ich esse mal einen und den anderen später. Ich weiß mal gerne, was wir mit diesem Animal Pelz machen können. Ja, das würde mich auch interessieren. Vielleicht braucht man dafür irgendwie noch Werkzeug. Hm. Also ich kann so direkt ein Animal Shirt draus craften. Aber wir brauchen ja eigentlich keine Klamotten. Aber wenn du ein Animal Shirt draus machst und das dann nochmal craftest, kriegst du dein Klos? Keine Ahnung. Warum bist du so scharfe auf Klos? Geh doch in die Wäscherei. Stimmt. Ich fahr mal in die Wäscherei. Er fährt, ladida. Ist hier eigentlich kein Waffenshop, wo man Munition finden kann? Ja, 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 ja. Nicht überfahren, nicht? Ach, okay. Nee, ich bin gerade über den Zaun gefahren, glaube ich. Dann Shells. Ah, und gegen das Stoppschild. Ich brauche doch nur Civilian Ammunition. Das Auto ist sehr gut getarnt vom Pflanzenladen. Oh, hier ist ein Chefkochhut. Potato Seed. Tomato. Tomato. Hey, Apple. Hey, hey. Hey, Apple. Hey, hey. Okay. Die folgenden drei Minuten hört man nur noch Hey. Hey, hey, Apple. Hey, hey. Hey, hey, Apple. Hey, what? Alle abgeschaltet. Yay. Wir haben es geschafft. It's cheap and acquired. Sie ist auch ein schönes Bum-Bum. Bum-Bum. Na, was ist denn hier oben? Sind hier noch Klos? Da sind noch Klos. Jetzt springe ich. Nein, kann ich gar nicht. Keine Energie. Oh, jetzt aber. Was? Auf wen schießt du? Keine Ahnung. Ich versuche das Gewehr. Also, ich probiere es aus. Stopp-Shield. Not enough space. Alter, das ist ja echt eine Flinte. Die macht mehrere Schüsse. Bandagen. Wie weit kann ich denn Bandagen stacken? Die ist nicht so gut. Weg damit. Drop. Kraft. Wo ist denn er schon wieder? Im Klos-Laden? Ja. Soll ich die Granate in den Pizzashop werfen? Mach. Warte. Ich will dabei sein. Ich will das nicht. Zombie in die Luft springen. Ach so. Na gut. Aber wir müssen jetzt noch schnell einen Zombie suchen. Los, steig ein. Wir haben noch zwei Minuten. Und in diesen zwei Minuten müssen wir einen Zombie finden. Okay. Stopp, stopp, stopp. Und ihn töten. Alles klar. Hau rein. Okay. Also, wenn wir der Straße folgen, finden wir wahrscheinlich nichts. Ich habe noch ein paar Samen. Ich möchte noch etwas besamen. Merkt ihr den Weg? Ah, Wasser. Fährst du gerade durch die Wildnis? Ich sehe ja gar nichts hier. Ist so ein Zombie? Ein der Wildnis-Zombies? Ja, weniger. Das ist ein Hirsch. Wir können auch a la South Park Art mit einer Granate jagen. Beim Bauernhof. Oh. Beim Bauernhof. Wir sind doch hier beim Bauernhof jetzt gleich. Sind wir beim Bauernhof? Also, wir sollten gleich da hinkommen. Okay. Da vorne kommt jetzt die leichte Linkskurve, in der wir schon alle gestorben sind. Sag mal, ihr spawnt ja gar nichts. Nee. Das stimmt. Aber beim Bauernhof sind bestimmt welche. F. Da ist F. So dunkel die auf. Da ist einer. Ja. Achtung. Sprengen in die Luft. Oh, oh. Drüber geworfen. Wo ist du denn hin? Na super. Ja, das war ein Riesen-Highlight. Aber die Explosion sah gut aus. Hoch detailliert. Oh, ja. Ist ja immer noch ein Katana. Spawn hier keine neuen Gegenstände? Mh, doch. Normalerweise schon. Na gut. Vielleicht, wenn die alten noch da liegen, dann eventuell nicht. Dann nehme ich das Katana mit. Kann ich nicht. Kein Platz. Du hast doch schon eins. Naja, aber damit es weg ist, dass du was Neues spawst. So einer bist du. Hier ist übrigens ein Carjack. Tomateo Seed. Ich habe ein Carjack mitgenommen. Oh, ja. Das wird lustig. So, ich möchte jetzt noch einem Zombie ins Gesicht schießen. Ich kann ja nochmal voll tanken hier. Hier ist sogar ein Gaskanister. Ich finde hier keinen Zombie. Ich komme zurück. Ich habe Angst. Ich habe auch immer Angst im Doppeln. Mh, 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 mh. Aber irgendwie sollte man echt die Spawn-Rate ein bisschen höher setzen. Ähm, ja. Mh, ja. So, Abflug. Okay. Bin da. Ich blende dich. Dann fahren wir noch schnell nach Hause und dann machen wir Ende Gelände. Ab und die Haier. Mh, mh, mh. Mh, 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 mh. Oh, gäh. Leroy. Jengenz. Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. Ich ignoriere ihn nur noch eine Minute. Okay, ich fahre ganz schnell. Handbremse. Wow. Oh, geiles Manöver. Geil. Oh. Geiles Manöver. So, und wir sind zu Hause. Äh, ja. Wie steige ich aus? Ach ja, F. Auf F. So. Dann, äh, Quick-Up-Mod. Na, hörst du das? Ja, ja, ja. Deswegen machen wir jetzt ganz schnell Feierabend hier. Und, äh, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach einen Daumen hoch da. Wenn nicht, dann trotzdem. Und, äh, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wie findet ihr es? Äh, ja, Feedback ist immer geil. Ansonsten, nächste Folge gibt es beim Kinsey. Ich verabschiede mich. Macht's gut. Tschüssi. Tschüdelü. Und, äh? Tschüssi. Vielen Dank.